Hallo und herzlich willkommen zu meiner Ankündigung des neuen Projekts. Wie ihr seht, es nennt sich Sonic Battle. Ja, und in Sonic Battle geht es eigentlich um einen Roboter. Und ja, er ist so ähnlich wie Shadow eine Art ultimative Lebensform. Es entwickeln sich viele Geheimnisse um diesen Roboter und in diesem Spiel versuchen Sonic und seine Freunde herauszufinden, um was es sich bei diesem Roboter handelt. Es ist ein Spiel, naja, man kann die Story nicht so kurz zusammenfassen in dem Sinne. Es ist ein Spiel, wo ihr euch mehr überraschen lassen müsstet, was so geschieht und so weiter. Und ja, wie ihr sehen könnt, es handelt sich hierbei um ein Kampfspiel. Ich dachte mir, so abwechslung mal statt Mario und so, schaffen wir mal ein Sonic-Spiel. Aber wenn dann mit Sonic nicht gleich so ein typisches Sonic-Spiel, wo es nur um Geschwindigkeit geht. Nein, in diesem Fall handelt es sich ja wie man sehen kann um ein Kampfspiel. Und ja, der Roboter, in dem es in diesem Spiel geht, da muss ich diese Kampfspiel weggucken. Und ja, ihr seht ja hier die Figuren, die alle hübsch miteinander kämpfen und agieren und alles. Und das sind ganz viele Attacken, die der Roboter da zu lernen hat. Und deswegen werde ich dieses Spiel auch nicht auf 100% spielen können. Weil das sind so unheimliche Spiele-Attacken und bei manchen, da kommt man so schlecht an die Attacken an die ganzen Moves an und alles. Und deswegen nehmt mir das bitte nicht übel, wenn ich es nicht auf 100% mache. Ich werde euch die Story zeigen, vielleicht noch ein paar kleine Extras, werde ich mal sehen, wie ich das alles hier über die Bühne bringe. Und ja, ich hoffe doch sehr, dass ihr euch über dieses Projekt freuen werdet. Also ich finde die Geschichte ganz interessant und es ist mal ein Sonic-Spiel der etwas anderen Art. Also dann, ich danke euch erstmal wieder vielmals fürs Zuhören und wir sehen uns dann bei dem nächsten Projekt. Tschüss!